Der Name Steinmüller steht seit 150 Jahren für Qualität im Energieanlagenbau. Steinmüller Engineering fühlt sich dieser Tradition verpflichtet und leistet seit nunmehr 15 Jahren hochqualifizierten Service im Bereich Energie- und Umwelttechnik. Die Geschäftsfelder von Steinmüller Engineering sind Rauchgasreinigung, Dampferzeugung und Feuerungssysteme sowie Consulting in den genannten Fachdisziplinen. Wir bei Steinmüller Engineering bieten vier Ausbildungsberufe an. Das sind zum einen die Industriekaufleute und die technischen Produktdesigner sowie die beiden dualen Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. Die Ausbildung bei Steinmüller Engineering gefällt mir sehr gut, auch weil ich die Möglichkeit habe, den Ausbildungsverlauf selbst mitzubestimmen. Bei Steinmüller Engineering bekommt man von Anfang an Verantwortung übertragen. Man hat die Möglichkeit, mit zu Kunden und zu Lieferanten zu fahren und man arbeitet mit Menschen aus vielen verschiedenen Nationen zusammen. Rückblickend betrachtet fand ich einfach die Mentoren, die einem in den Abteilungen zur Seite gestellt wurden, wirklich fantastisch. Jederzeit, wenn man eine Frage hatte, wenn sich irgendeine Unklarheit ergeben hat, gab es immer jemanden, der einem mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Das ist eigentlich so mit der erhabenste Moment. Einfach der Moment, den ich hier bei Steinmüller am meisten schätze, wenn man dann eben mit zum Fertiger fährt und das, was man konstruiert hat, nach etlichen Monaten oder Jahren sogar in der Realität sieht. Was mir besonders gut bei der Ausbildung bei Steinmüller Engineering gefällt, ist die Abwechslung zwischen Unternehmen und Hochschule bzw. den Städten Gummersbach und Mannheim. Außerdem wird man als Student oder Azubi direkt mit ins Team aufgenommen und wenn man Fragen hat, dann steht immer jemand parat. Besonders positiv finde ich, dass man hier nicht so ins kalte Wasser geworfen wird. Sprich, man hat immer jemanden an seiner Seite. Habe ich ein Problem? Habe ich eine Frage? Kann ich mich immer an jemanden wenden? Und einem wird auch immer geholfen und auch vor allem mit Geduld geholfen, was ja wirklich wichtig ist. Effektivität und Efficient Human Resource Development durch den Sohn und Special Education Programme ist wichtig für Steinmüller Engineering, von der junge Menschen bis zu der sehr verehrten Menschen. because the market is continuously changing and the people who have the latest knowledge with high expertise and rich experience in power business area is only our resources to provide several kinds of service to make a client benefit over the world. Various talent and diversity of the employees in company is our strength. Join us and grow together for the next decade. Die wesentliche Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit von Steinmüller Engineering ist die hochqualifizierte und extrem motivierte Belegschaft. Deshalb ist Aus- und Weiterbildung ein zentrales Thema der SE-Geschäftsführung mit sehr hoher Priorität. Da wir ein international ausgerichtetes Unternehmen sind mit Kunden- und Lieferantenkontakten in die ganze Welt, bieten wir unseren Auszubildenden schon während der Ausbildung an, kulturelle und berufliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Mein Auslandsaufenthalt würde ich sehr gerne in Schweden verbringen. Ich war zwei Wochen in Kasachstan und zwei Wochen in Südafrika. Wo ich einen Auslandsaufenthalt verbringe, weiß ich noch nicht. Ich gehe nach Tokio. Florenz 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 Bis zum nächsten Mal.